Hi, ich bin Tex. Ich habe über 4000 Stunden in Arx Survival Evolved, aber in den Aberration-Only-Ran habe ich noch nie wirklich versucht. Das wird sich jetzt ändern, denn das ist From Zero to Hero of Aberration. Aberration! Aber... Ja, ganz toll. Raptoren! Wunderbar! Äh, ja, super. Äh, äh, geh weg! Ah, gedotscht, du Sau! Äh! Geh doch weg! Mann! Boah, ums Eck hier schnell. Noch ein paar Fasern. Ja, willkommen auf Operation. Ja, nachdem ich so wunderschön mitten in der Raptoren-Party gespawnt bin, habe ich mich direkt an die Arbeit gemacht. Beim ersten Holzhacken wollte mich ein Raptor aber nochmal persönlich begrüßen. Naja, gut. Neu gespawnt, Wüsche gezupft, Pilze verprügelt, die ersten Level gemacht und Entgramme gelernt. Noch schnell die Note mitgenommen und ab ging's. Am Wegesrand durfte ich nochmal Bekanntschaften mit einem Raptor machen, der mir freundlicherweise sein ganzes Leder mitgegeben hat. Korrekter Typ. Ja, und dann war ich bereit für die Wildnis von Ab... Boah Junge, ich mache hier gerade Intro. Na gut. Auf geht's. Also gut. Was ist der Plan? Ich brauche... Ich brauche alles. So, ich habe hier mal ein bisschen... Ich habe hier noch gerade Leder bekommen. Das heißt, wir könnten... Wir können uns doch schon mal eine Bowler machen. Eine Bowler ist nämlich immer gut. Eins, zwei, drei Bowler. Ne, also was brauchen wir denn jetzt als erstes? Ich habe Werkzeuge. Ich brauche eine Base. Ich brauche erstmal eine Base. Ich werde... Und dann brauche ich Tames und dann... Ich mache mir schon mal... Ich könnte mir schon mal eine Base bauen, so ein bisschen hier. Ein Bett. Dann habe ich auch schon... Na gut. Habe ich schon mal ein Bett. Und das stelle ich jetzt irgendwo hin und dann kann ich schon mal spawnen. Spawn ist wichtig. Level up. Also die Raten sind ein bisschen erhöht. Ich habe hier... Ja, Harvest ein bisschen höher. Taming ein bisschen höher. Und Leveln habe ich auch ein bisschen mehr, weil das ist ja langweilig sonst. Da muss ich ja den ganzen Tag nur farmen. Oh Gott, Raptoren. Okay, ich suche mir jetzt erstmal einen Platz für eine Base irgendwie. Oder beziehungsweise für ein Bett. Damit ich schon mal einfach spawnen kann. Aber ich will nicht hier oben. Ich will irgendwo hier unten. Ich gehe hier vorne zum See, würde ich sagen. Da oben war doch noch eine Node. Die nehme ich mit. Gib. XP. Plus 5 Max Level. Aha. Jetzt ist hier alles voller Gestrüpp. Und hier vorne hört es doch... Mesh. Mesh vom Allerfeinsten wieder. Okay, wir müssen zurück. Und dann gehe ich hier nach unten. Und dann suche ich mir ein schönes Plätzchen für eine Base. Base bauen. Aberration. Level up. Level up. So, wie geht es denn jetzt hier schön nach unten? Über die Pilze nehmen. So einen Scheiß fangen wir gar nicht erst an. Wir gehen hier die Rampe runter. So, da gehen wir runter. Und dann gehen wir nach vorne zum See. Denn am See ist es schön. Oh, ich brauche... Ich bin sowieso ein paar Dursten. Was gibt denn hier? Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Tasty. Hier, Aquatic. Da sind Pilze. Ah. Fuck. Gab es hier nicht noch eine Node hier unten? Ne, ich glaube nicht. Die gibt es überall. Ich muss dann später mal irgendwann... Oder was heißt später? Sehr viel später mache ich eine Node Run. Wenn ich irgendeinen Spino oder so habe... Mache ich fette Node Run und dann bin ich erstmal Max Level. So ist der Plan. Komme ich hier nach unten? Ich meine, ich kann ja natürlich... Ich könnte jetzt auch hier reinspringen. Gibt es da Piranhas oder so einen Scheiß? Jetzt habe ich auch noch Hunger. Ich brauche Lagerfeuer. Ich brauche alles. Ich brauche Pilze. Gib mal Pilze. Ich muss Fleisch kochen. Ja, ich brauche eine Base. Ich brauche eine Base. Ich springe jetzt hier rein. Nur gut. Ah. Oh, oh. Was ist an den... Ah, Metallglotz. Ah. Denn... Die Insel hier, die sah doch... Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Für die Starter Base. Mal gucken. Genau hier bauen wir eine Base. Unter der Hecke. Und zwar so. Äh, ein Bett. Und ein Lagerfeuer hätte ich noch gern. I need... Datch. I need that Datch. Hier gibt es wieder keinen, ne? Ähm... Da ist ein Baum. Muss ich nur gucken. Hier war irgendwie... Irgend so eine Biene war hier. Erstmal Tatch. Queen Bee. Ah. Ich mach doch... Ich will doch nur... Och. Haut doch ab. Mann. Ich will doch nur den Baum. Geh weg. Ach. Ihr killt ein Bee. Ich brauche jetzt Tatch. Ich brauche... Ähm, Dings. Ich brauche ein Lagerfeuer. Weg von meinem Tatch. So, reicht. So. Lagerfeuer. Zack. Uno. Und noch ein bisschen... HP ist immer gut. Lagerfeuer. Und... Hier. Die Stacks. Vielleicht erhöhe ich die Stacks noch ein bisschen. Das ist immer so eine Sache. Lightfire. Es wird gekocht. Aha. Ich habe eine Base. Nice. Okay. Als nächstes brauche ich natürlich den ein oder anderen Tame. Vielleicht mal so ein Raptor oder so ein... Oh, so ein Ravanger. Ein Ravanger. Der wäre doch cool. Aber jetzt bin ich ja trotzdem auf dieser scheiß Insel. Naja, gut. Ich schaue mich erstmal um. Da hinten. Da bin ich direkt an der Cave hier. Mal kurz reingucken. Komm, wir gucken mal kurz, wie es da aussieht. Hier gibt es... Was gibt es hier? Glowtails? Nee. Federleights oder irgendwas. Na gut. Ähm... Da gehen wir aber heute nicht rein. Nicht mit der Klamotte. Okay. Ähm... Holz. Ich brauche Holz. Die Insel ist scheiße. Da gibt es überhaupt kein... Gibt es keine Bäume in der Nähe. Ich muss mal... Ich muss umziehen. So, das war jetzt mein einziger Baum auf der Insel. Äh, ich muss umziehen. Ich bräuchte trotzdem... Ich mache mir gleich mal noch den hier. Ich habe zum Glück keinen Ledermangel jetzt am Anfang. Was brauche ich denn noch? Ich brauche noch mal, äh... Hier, da machen wir uns gleich nochmal einen Satz. Gute Schuhe und... Armgedöns und ein Mützchen. So, machen wir das hier. Ha! So. Die Gäste getrunken. Äh, jetzt holen wir uns ein Tier. Gut, ähm... Ich brauche trotzdem... Was brauche ich denn? Ich brauche... Alles. Ich brauche einen... Ich brauche was zum Tame. Das heißt... Das heißt... Das heißt... Wir... Wir need these one. Aber zum Glück habe ich... Habe ich noch Leder. So, gib mal alles. Und dann bauen wir eben... Oh, Steine brauche ich. Ich brauche alles. Wie man immer alles braucht in dem Game hier. Vielleicht schlage ich mein Lager auch da drüben auf. Komm, wir packen jetzt mal meine Sachen. Ich gehe mal gucken erst. Oh Gott, Erdbeben. Aber Erdbeben gibt Kristall. Los. Ah! Okay, nice. Was haben wir denn jetzt bekommen? Hier, Kristall. Ähm... Spyglass. Ne, das reicht aber. Holz habe ich. Äh, beziehungsweise... Leder habe ich. Und den Rest habe ich auch. Nice. Ein... Dieses... Wie viel Bolas habe ich denn? Drei Stück. Pfeil und Bogen gibt es dann. Ähm... Den hier. Den werde ich jetzt auch mal hier reinsetzen. Ich ziehe ja eh gleich um. Einen blauen und zwölf... Grüne habe ich auch schon. Aber die grünen, die kriege ich ja easy. Da gehen wir jetzt mal gucken. Gucken gehen wir. Irgendwas hat sich bewegt gerade. Aha. Raptoren. Das kann nur die Lüste... Ah, ein Bär. Ach du Scheiße. Oh, Bär ist aber auch geil. 85. Fucking Bär. Ähm... Ja, mal gucken. Bär ist immer gut für Honig und für so einen Mist. Und für allgemein so einen Bärenfarm. Da könnte ich mir den gleich mal klar machen. So, jetzt rennt der Raptor. Ich brauche jetzt erstmal hier eine Base. Okay, ich hole jetzt einfach mal mein Stuff und ziehe hier hin. Der Raptor muss aber trotzdem weg. Komm her. Komm her. Bola Master. Zack, gib mir dein Leder. So, hier ist doch eigentlich ganz nett. Ich baue mal hier einfach. Und zonk. Haha. Da, 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 da. Gib mal Fleisch. Dann müssen wir wieder Ordnung machen. Das kommt hier rein. Da kommt noch ein bisschen Holz mit. Light Fire. Das hier rein. Und dann brauche ich noch ein paar sowas. Dann kann man auch schon Nackus machen. Machen wir mal hier noch. Die Hälfte. Machen wir mal hier noch. Dann vergammelt das alles schön. In 5 Minuten. Und ich habe ein Gammelfleisch. Nice. Meine Base. Was bin ich denn jetzt überhaupt? Ich bin Level 43. Ähm. Was kann man denn da tun? Raptor. Raptor geht. Ein Ecus. Naja. Stego. Gar nicht, muss ich gar nicht mehr. Terabird. Delikugos braucht man irgendwann. Den Anki. Piranodon. Hier gibt es leider keine. Äh. Wo ist der Ravager? Der ist noch nicht in Sichtweite. Der ist irgendwo hier unten. Hier ist er. Okay. Dann holen wir uns erstmal einen Raptor. Ey. Komm ab. Komm ab von meiner Base. Aber au. Ja, guck mal einer an. Ah. Oh shit. Bleib hier. Du gibst mir gute Sachen. Bäh. So, den nehme ich auch mal mit der Axt, glaube ich. Oh, Öl direkt. Und. Hucking. 115. Shitin. Geil. Bevor ich mir irgend so einen Raptor hole, brauche ich ja natürlich Narko. Dann lass mal Bären pflücken. Bäm. Zack. Zack. Let's Narko. Alle. So, der Laden läuft. Ich brauche. Ich brauche einen Raptor. Ich brauche natürlich auch Pfeil und Bogen erstmal. Ähm. Einen Bogen. Und ein paar Pfeile. Und dann brauche ich noch die anderen Pfeile. Arrow. Trank. Trank, Arrow. Nun gut. Let's go. Wenn's. Oh, da sind sie. Drei Stück. Vier, fünf Stück. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wen haben wir denn hier? Moment. Ich muss doch erstmal gucken. Ah. Was für ein Level du bist. Das Problem ist. Die sind schneller, ne? Ja. Outmoved. Outmoved, du Sack. Uah. Was bist du für ein Level? Ist er weg. Level 10. Naja gut. Aber der wird jetzt eh sterben. Oder? Äh. Ja, den mache ich jetzt einfach so weg. Der tötet mich schon nicht, oder? Der braucht nur zwei Stiche. Dann fällt er auch. Oh. Oh. Level 10, Raptor. Ab. Deine Belagen auch. Gib mir deinen Leder. Der gibt auch nochmal ein bisschen was. Geh weg. Oh, der lebt noch. Sorry. Ah. Baby-Raptoren. Wo sind die Säcke? 95. 95 hört sich gut an für mich. Oh, da hinten ist noch mehr. 20, 95. Genau. Das ist auf jeden Fall der höchste von dem ganzen Geschwader. Wenn ich den jetzt aber anschieße. Oh shit. Mini-Kano. Fucking Mini-Kano. Ich kann Kano so überhaupt nicht leiden. Geh weg. Okay. Dann müssen die jetzt hier ein bisschen trennen. Und dann hole ich mir den 95er. Oh, jetzt. Die rennen immer weiter nach unten. Und zwar alle drei. Vielleicht kann ich den doch anschießen. Und der kommt bloß einzeln angerannt. Komm, wir probieren einfach mal. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt ist er. Komm. Da steht er. Daneben. Falsche. Oh shit. Oh shit. Ich muss hier weg. So, ich brauche neue Bolas. Das war jetzt nicht so gut. Okay. Ich hole mir neue Bolas. Dann komme ich wieder. Ravingas. Ah, wo kommen die ihr denn her auf einmal? Uah. Die sind zum Glück nicht so schnell. Wo bin ich denn? Da bin ich schon wieder. Schlägerei. Okay. Den habe ich jetzt hier hingelockt. Was hat denn der für ein Level? 25. Ne. Ich brauche sowieso Bolas. Tschüss. Ah, okay. Neue Bolas. Und dann machen wir den ganzen Mist nochmal. Hier ist ein Schaf gespawnt. Guck mal an. Ja, du bleibst einfach mal hier jetzt. Du bleibst einfach mal hier. Na gut, für den Level 95er, da brauche ich jetzt auch kein Schaf. Aber trotzdem. Okay, der Blaue steht hier. Den kann ich jetzt. Den hole ich mir jetzt. Komm her. Ich habe mich gesehen. Oder kämpfen jetzt mit der Ratte. Jetzt ist der andere wohl schon tot, so wie es aussieht. Da liegt einer. Ne, was? Der Gammel. Der Gammeliger hat überlebt. Ach ne, Level 95. Jetzt kämpft er mit dem hier. Hör mal auf. Das wird er nämlich nicht überleben. Ähm, kann ich den wegziehen irgendwie? Nein. Besten Dank. Du Arsch. Okay. Äh, ich brauche andere Raptoren. Level 49. Warte mal. Kann ich jetzt nicht mittlerweile irgendwie... Ravenga. 47. Ungewollt. Das ist ja auch kein Ding, den zu bauen. Ja, dann kann man auch sowas nehmen. Weil der ist nämlich viel praktischer hier mit dem ganzen... Geklettere und so. Ein Ravenger. Da ist so ein Ding hier. Was bist du denn? Level 15. Greift der mich an? Der sieht so aus. Der sieht aggressiv aus auf jeden Fall. Hm. Kannst du... Was tust du? Ich kenne dich gar nicht. Nimm mal den Mola und geh mal hin einfach. Hallo? What are you doing? Are you aggressive? Oh shit. Oh. Ah. Was ist mit ihm los? Oh Gott. Äh. Der spuckt mit irgendeinem Mist. Oh shit. Der macht ja richtig Damage und so. Hau ab. Hau ab. Ah. Oh warte. Komm her du. Jetzt brauche ich meine ganzen Bolas wieder für den. Ah. Fuck. Sackgesicht. Komm her. Mal schauen wie stark du jetzt bist. Ah. Und er ist tot. So. Das sieht mir doch verdächtig aus nach einem Level 10. Ja. Ja. Aha. Ich weiß nicht wie viel 60. Aber drei Stück sind natürlich scheiße. Ach. Level 40. Die können sogar sowas. Aha. Die können praktisch sein. Für irgendwelche Sachen. So. Ich brauche jetzt trotzdem mal irgendeinen Gefährt. Da unten laufen fünf Stück oder so rum. Wenn ich die irgendwie einzeln irgendeinen herziehen könnte. Ich muss mal ausprobieren. Wenn ich jetzt einfach mal. Ich renne und den Rest ziehe ich dann einfach in den Stegos rein oder so. Ich nehme jetzt einfach den Erstbesten den ich hier treffe. Wenn ich überhaupt einen treffe. Daneben. Oh ja. Natürlich wieder alle. Alle Aggro. Wo sind die Stegos? Ach du Scheiße. Alle fünf. Kämpft mit dem Stego. Kämpft mit dem Stego. Sehr gut. Ne. Die kriegen alle Aggro. Das ist doch scheiße. Die fressen sich jetzt hier durch. 140. So. Wenn ich den jetzt einfach anschieße. Dann kommen eh wieder alle oder? Ah. Daneben. Okay. Einer hat Aggro. Alle haben Aggro. Das ist mein Tod. Oh nein. Oh. Fuck. Fuck. Vielleicht kann ich hier irgendwie durch. Oh. Hau ab. Ah. Nein. Meine Klamotten. Ah. Hau doch ab. Bist du euch. Oh. Oh. Wo ist mein Zeug? Wo ist mein Zeug? Ich brauche mein Zeug wieder. Gib mir mal mein Zeug. Jetzt kann ich bis nach da hinten laufen. Äh. Ich muss hier. Ich muss hier. Ich muss hier oben rum. Äh. Die rennen jetzt wahrscheinlich alle um meinen Loot rum. So wie ich die kenne. Ein Schaf. Ah. Einfach nur mein Zeug. Und dann wieder weg. So. Die sind beschäftigt. Die kämpfen mit irgendwas. Oder? Aber nicht alle. Ich brauche trotzdem mein Stuff. Jetzt oder nie. Gib. Ich finde es mies, dass die alle Agro haben. So. Aber da macht der Stego auch nicht viel. Klonk. Eins, zwei, drei, vier. Oh. Geh irgendwo anders hin. Fucking Baselisken. Kommt der? Der kommt. Oh. Nein. Ah. Oh. Was gibt es hier noch so? Ein Raptor. Ein einzelner Raptor. Was bist du denn? Level 5? Level 5. Ja, aber doch nicht Level 5. Naja, gut. Du bist jetzt mein Freund. Habe ich Fleisch dabei überhaupt? Ja. Den nehme ich jetzt. Level 5 ist Level 5. Beiß mal rein hier. Tamed. Level 7. Geil. Komm her. Du Raptor. Ich habe ein Level 7 Raptor getamed. Helle. Ja gut. Du bist jetzt mein Raptor. Pass ich um mir folgen und jetzt gehen wir in die Base. Da unten sieht es doch eigentlich ganz friedlich aus. Komm Raptor. Ah. Ah nein. Pilze auch noch. Ja. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch zurück in die Base und dann habe ich auf jeden Fall irgendwas, das mich transportieren kann. Das ist schon mal gut. Achso Raptor, wir müssen jetzt hier nach unten. Ich glaube, das kriegen wir hin, oder? Ja, weil da unten ist die Base und dann müssen wir jetzt halt hin. Also komm. Let's go. Follow me, Raptor. Ha. So. Wir haben einen Raptor. Level 7. Wir haben einen Raptor. 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 Untertitelung des ZDF, 2020